Der Alleskönner ist der Allzweckreiniger für die tägliche Reinigung. Er sorgt im Handumdrehen für strahlende Sauberkeit, mit frischem Duft und einer materialschonenden Kraftformel. Das ergiebige Superkonzentrat ist für alle wasserbeständigen und abwaschbaren Oberflächen im Haushalt geeignet. Für die haushaltsübliche Reinigung reicht eine geringe Dosierung des Alleskönner. Schon 2 ml auf 1 l Wasser genügen. Das spart Geld und schont die Umwelt. Für eine perfekte Dosierung verwendest Du am besten die Alleskönner Sprühflasche. Einfach Wasser bis zum Strich auffüllen und ein wenig Alleskönner nachfüllen. Fertig! Jetzt kannst Du die fertige Mischung zum Reinigen verwenden. Sprühe die gewünschte Fläche ein, warte ca. 5 Minuten und wische den Schmutz beispielsweise mit einem feuchten Provin Universaltuch einfach weg. Der Provin Alleskönner – das ergiebige Superkonzentrat.